0-1 zu Hause, wie schwer ist die Enttäuschung im ersten Moment? Ja, klar, es ist eine Enttäuschung gross, aber ich meine, wenn du ein Goal nach sieben Minuten kassierst, ist alles klar gewesen und gegen so eine Mannschaft wie Bayern kannst du nicht wieder ins Spiel kommen und sie haben das Resultat noch behalten und das war schwierig. Wie schwer ist die Enttäuschung nach dem frühen Gegengol? Das ist wahrscheinlich der Knackpunkt des Spiels oder der ganzen Hin- und Drück-Spiel. Ja, du weisst, du spielst nachher ohne Ambitionen, weil du weisst, du musst vier-Gol gegen Bayern machen und das ist momentan unmöglich. Ja, es war schwierig für uns, aber wie gesagt, jetzt ist das fertig und wir müssen uns jetzt punkten in der Matcherschaft. Was sehen wir für Schlüsse aus diesen Spielen für die Super League? Ja, so ein Gegner wie Bayern haben wir zum Glück nicht in der Matcherschaft, aber jetzt kommt Tibet und wie gesagt, wir müssen punkten, das ist jetzt unsere Priorität. Ich meine nicht groß, wir haben nicht so viele Torschancen gehabt, wieder ein frühes Tor kassiert und am Schluss vielleicht, wir haben ein bisschen mehr den Ball gehabt und offensiv sind wir ein bisschen auch mehr gefährlich, wir waren ein bisschen mehr gefährlich, aber sonst wieder war schwierig.